Reichtum, Macht und Ruf. Ich habe alles gefunden, was die Welt zu bieten hat. Befreit euch selbst. Stecht in See. Mein Schatz liegt irgendwo da draußen. Also, was sagst du? Kann ich auf dich zählen? Meuterei. Warum sollte jemand Pirat werden wollen? Weil es nichts Besseres gibt. Du spürst den Wind im Rücken. Salzige Seeluft. Eine treue Crew an deiner Seite. Sie ist fertig! Was ist das? Eine Piratenflagge. Wir sind die Strohhut-Piraten-Bande. Wir nehmen Kurs auf die Grand Line. Ein tückischer Ozeanabschnitt. Mit mächtigeren Inseln, mächtigeren Piraten. Genau da ist das One Piece versteckt. Ihr habt euch Feinde gemacht, wo wir auch hingehen. Trenn, trenn! Kanone! Hinterkommt! Raffi! Sie sind hinter dir hier! Ich hab dich gerettet. Wie bitte? Ich hab dich gerettet. Sie müssen entschuldigen. Das sind Idioten. Diese Crew, unsere Crew, kriegt einfach alles hin. Dann tu ich dir den Gefallen und bring euch alle zusammen um. Du bist mein Captain von jetzt an bis zum Ende. Niemand legt sich ungestraft mit meinen Freunden an. Also werde ich dir jetzt in den Hintern trägen. Was soll denn an dir so besonders sein? Ich bin Monkey D. Raffi. Und ich werde der König der Piraten. Donald Munch. Und ich werde der König der da die Sonne in den 4g noch machen.